Sege Mühler Sege Mühler Moin Moin Freunde der Gepflick in der Showdown Runde heute gibt es wieder zwei Folgen zwei ältere Folgen aktuell spiele ich keine Hand und warte voller Vorfreude auf die neue Map sozusagen und dann gibt es auch wieder aktuellen Content momentan muss ich leider auf die guten alten Restbestände zurückgreifen, aber ich denke die sind auch nicht schlecht und noch sehenswert gönnt euch, haut rein, viel Spaß dabei und wir sehen uns, tschüssi Oh ey die Waffe schießt nicht durch da ist auch einer ja, das ist ja kurze Munition mittlere der hat den Martini angeschossen hat ne Hit rechts neben der Brücke alter, die sind schon da hinten so, der kann hier drunter sein ich kann nur unter die Brücke gucken da sind zwei ab eine auf mich schießt du also eine aber ich hab keine Ahnung ab zweiten da hinten ist doch der Wolf der Mann aus den Bergen muss mich kurz vorbilden lebt da noch einer naja, der Wolf schießt ach, hör mir doch auf ey Mann, ich hab mich doch grad geheißen wo ist der denn? da schießt von da hinten auch irgendwo irgendwo bei dem Gebäude mhm der ist aber hier unten drunter oh der Clou ist ganz schön dort der ist nicht mehr Bekter hat der wo ist der andere den du getötet hast der hatte glaube ich ne Martini und der muss da liegen ja gut Martini nehm ich mir oh ne Scope ich hab gar keinen Bock drauf oh ne Verpannstasche ist ja schön will der andere eine Spectre oh ne Verpannstasche ne wollen wir euch was zum anfackeln der wird bestimmt auf Distanz gehen weil er eine Distanz verfahrt du brennt auf jeden Fall nicht mehr also zuletzt hab ich den irgendwo da bei dem Gebäude gesehen ok ah wie brennt einen ab ich hab ne ich hab ne Fackel der ist links irgendwo gewesen habt ihr hier geschossen? nein da ist da einer unten drunter unten okay ich hab jetzt mal einen seiner Partner angezündet ah ja ich seh'n den Mann aus den Bergen hab nen Hit schön alter glaubt er wieder das kill war hier irgendwo ein Midi-Kit? äh ne hast du vielleicht das mit dem Clou dass du den aufsammelt und Leben kriegst? ne gut dann heil dich da unten der Loote da hinten oder so ja hier ist ne Lootbox madonna ist der Boss madonna ist der Boss weiss nicht kann sein weil da hinten haben welche gefightet kann sein dass wir hier alleine sind nö das weiß ja dann sind die ich geh schnell rein ja mach mal weil die fighten da hinten glaub ich die haben da glaub ich dann sind alle Teams da hinten die da aufs Leben okay schön 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 oh hier ist noch n Dicker glaub ich ach das war der Batscher der hier so hinschreif ne da ist n Dicker ja warte ich hab auch noch ne Hafton da kann ich hier auch noch anders nö nö ach wie das bisschen das ist ja ein Schlag mit der Axt ja ich hab doch nen Hammer ja klappt oi ich hab's kaputt gemacht wie haben die das vorhin gemacht wahrscheinlich nicht mit der Pistole drauf gehauen oder ich glaub die haben das angemacht und haben dann immer gegengeschrieben das aus klingt überall gleich ich verstehe aber nicht oder was sagst du ist das so ja ich hab's schon genommen ich schau mich warum mal ich mach's schon ja Gegner auf 205 ja da hinten bei dir na prima ich bin extra rausgerannt aber zwei Leute hab ich da nur gesehen ja ja Matze bist du auf die richtige Seite rausgerannt guck nochmal äh 150 jetzt 150 ich hab sie da reingehört im Wald ne Haftbombe ach komm ich glaub da hinten war was ach warum hauen die denn jetzt schon wieder ab verstehe ich diese Mission verstehe ich immer von denen nicht hier ist einer ungefähr hier und einer da hinten aha da hinten da noch weiter hinten da rennen zwei Krunts zu dem also das verstehe ich nicht immer die Mission die kommen hier hin und dann rennen sie wieder weg ja pass auf hier müsste irgendwo einer sein also war gerade auf jeden Fall noch ich guck nochmal einer da hinten ganz hinten und einer auf 285 ganz weit weg also ich verstehe es nicht hä der Ausgang ist auch direkt hier ja das ist wieder so ne Logik der Vollidioten ich ich weiß es auch nicht ich glaub das ist hier hinten ich glaub das ist so ein Kick für die so ich weiß es nicht hier hier hinten oh direkt hinter uns direkt hinter uns einer ach die haben uns so eingekriegt oh alter das kann ja nicht sein Drecksvieh alte Schlampe die haben wir gut gemacht muss man ja lassen das haben sie nicht schlecht also es waren zwei nur zu sehen ja aber von hinten kam er auch noch ja genau ach zwei leute ja okay also waren da zwei teams meinst du ja marshall pro aus wirklich eine frau ja toxik und ich haben gedacht das ist ein kerl es hat doch hinter uns geschossen oder habe ich mich das falsch verhört ich war im rede mit reden beschäftigt habe überhaupt nichts gehört ja vorhin wo wir noch bei lossen waren naja ich mache kurz wo ist denn der clou hier da drüben mich wollen das ist der bostel der bostel der blut sehe ich nicht hier drin oder das ist der bostel weil wir alle schon drei punkte haben geht nur darum ob die hier genommen haben ob ich mich verhört habe der clou dich genommen ich meine es war gott das gewesen wo wir bei blink waren naja ich werfen aber dreien ich habe die haftbombe hat sich gebückt die dreck so rot 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 oh ja er macht er macht hinter mir die tür einfach zu ich glaube nicht ich glaube ich ja ich sehe wo sind die denn weiß dass einer bei mir bei mir wo ich sitze hinter dem haus da bleib ruhig wir kommen und dann kannst du von hinten kommen gott die laufen jetzt da drüben idiot da schleichen die hier lang aber war nur zwei gewesen das könnten kasten sein könnte wollte wiederbeleben wir wollten einfach wiederbeleben wo ist der denn hinten hinten rechts ist ja ich sehe ich schon da ist doch einer links hinter der hütte osten richtung hier war der gerade ist ja komisch ich glaube matthias wird bloß bis zur helft angezeigt ich siehst du gar nicht richtig matthias ist ein der wird bloß bis zur helft angezeigt cool foto mach mal foto davon f12 warte ich gehe noch mal zu ihnen oder macht es kam neue es kam röbel mal foto f12 hast du ich bin ja tot ja ich dachte der ist tot ich sehe ihn doch hier ich bin tot liegt doch irgendwo ja aber du hast doch gesagt ich sehe den nur zur hälfte ja genau und dann drehe ich mal zu ihm ja ich drehe mich doch dazu du guckst auf ihn falsch warte mal ja ja ich bin jetzt schon nee dann bist du ja dann geh noch mal zu ihnen so jetzt warte mal ja ich mach mal ein foto ok mach mal eins ok hast du ja gut jetzt müssen wir wiederbeleben weil da kommt einer aha oder die die haben eine schöne lebe haben sie mir gegeben ja das ist doch schön müssen wir jetzt schnell weitermachen der eine brennt natürlich leider mhm der hat eine schöne barks gehabt karsten du einen nicht an naja dann loote du den da hinten braucht jemand medipack rot 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 wir sind schon da das ist wieder rot aber das foto haben wir noch geschossen gut bin ich gespannt so scheiße das ist ein einfacher Windfield das war meine achso egal einer tot wo sind die hier hier wie lange die immer zum zielen brauchen ne mhm dreck in der ecke ey mhm direkt bei mir was 13 meter so weit schießt das scheißding doch ja auch nicht ja jetzt guck erstmal ob du alleine bist du weißt doch Patrick ach äh Matthias wenn du selber damit schießt kriegst du nix aber die schaffende schießen die aber auf keine ahnung und haben Kilometer mit dem schrotzen ja echter helden Junge ich verstehe das nicht der ist das ne warte ich hab doch Medikin ich ich muss dir die jetzt Platz machen boah hat der einer eine Axt oder so ne bei einem Viech dann einmal bin ich tot ja warte ich helfe dir kann man nicht nach Feuer hier irgendwo alles klar scheiße warte bist du waren das eigentlich es waren doch nur 2 oder die wir umgekommen ja ja es waren 2 mhm aber es ist 2 es ist nix mehr wir können ja beide abfackeln also soll ja nicht so sein dass wir nicht abfackeln können mhm also ich geh mal raus sonst brenne ich sterb ich wieder ja ich mach gleich ich geh gleich mal rein fackle den mal ab hier gab es war nur ein 2er Team man haben wir nicht eine Axt drinnen irgendwo vielleicht ne ich schaue ich glaube das waren die aus der Eisenhütte weil da nimmt keinen auf ich hab einen Hammer ja gut jetzt schlage ich in den Schädel ein da habe ich den letzten Schuss mit der AvaCut naja du musst du naja er hat ja nicht mehr ja ich halb ich halb ich halb ich halb ich halb ich halb aber mit der AvaCut mache ich na dank ja warte ja ja dankeschön geht doch geht doch wollen wir runter zum anderen Bounty Bounty da wollen wir nicht lieber warten und äh können wir können wir aber müssen wir nicht also bin ich das egal wir können auch warten denn aus Erfahrung her weiß ich das äh der AvaCut dir das Bounty wirklich ja ja du machst es doch immer uns nur schwer mit deinem Bounty ich glaube wir sind die einzigen immer hier ist noch eine Falle macht zwei sogar noch weißt wo die alle liegen ich glaube wieder das ist das erste was der macht erst mal gucken mit dem Kampf macht er das auch erst mal gucken wo bist du bist du die Eins ja ja die Eins so hier ich hab noch eine Falle für dich wo soll ich sie hinstellen hier daneben ja da daneben sehr schön der Carsten auch mitten im Kampf erst mal äh erst mal das Käfig anzünden das ist sein Ding aber er hat dich übelst ja ich hab dich immer gerettet ich verstehe nicht wie er es gemacht hat ich meine der Typ hat noch hier lebt in der Schrotflinde rum egal wie der hatte keine Schupe der hatte der hatte dann die Pistole genommen na guck mal der andere wurde auch gemacht ne ja ja schon die ganze Zeit da kam ja auch die Zweierteam denk ich hier ja ich guck mal oh boah ach irgendwann werde ich doch dadurch sterben was machst du denn dann werde ich Carsten rufen ja ich glaube ich muss mal einen neuen Stuhl abgeben ähm warum sitzt du hier nicht gut doch schon aber ähm also im Rücken schon aber meine Beine hängen in der Luft oder wie sie nein die hängen nicht in der Luft sondern die ähm das wird so in den und unten reingedrückt irgendwie nach ne Zeit tun die weh meine Beine ach so die werden so abgedrückt anschein ja ja als ob du auf ne du sitzt und vor dir mehr vorne unter den Schenkeln ist dann halt so ne Stange musst du dir vorstellen ja das tut ja irgendwann weh du merkst zwar die Stangen nicht ich merk das zwar nicht aber das tut so ab tut weh einfach weh hm als ob die abgeschnürt würden ja so an den ganzen Beinen als ob die ähm Adern so ab ach das ist nicht gut und nicht bestimmt wo die Sitz ähm Höhe ist vorne einfach genau fast wo deine Weh vorne wo du sitzt genau als zur vorne kannst du einstellen älter Ziffer da sind noch welche einer auf dem Dach ja ja einer auf dem Dach da haben die die ganze Zeit gewartet ich guck doch mal und äh zwei unten einer auf dem Dach oben irgendwo Mist pass auf der Emulator ja den müssen wir hier platt machen ja also die tun nicht mal so um an dem sondern allgemein die Beine unten auch in den Waden tun dann weh ich denke mal einfach weil die äh die Blutzufuhr abstürt dass das irgendwann so in den Beinen weh tut mhm das ist kacke leider kacke kannst du noch mal gucken ob einer auf dem Dach neu ist ja 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 er ist auf dem Dach und er ist ganz hinten aber aber nur zwei oder was ja eigentlich ja 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 er ist unten hier ist keiner mehr auf dem Dach einer ist hier bei mir ja komm einer da auf 180 einer am Turm links rechts am Turm Kasten wo bist du oder wo hinten in der Ecke weil einer ist direkt Süden irgendwie einer tot jetzt ist nur noch der da ok geht am Zaun geht am Haus ist der mhm ist der jetzt reingegangen wohl getroffen da spielt da ist noch einer war doch zwei drei dann stand die Sonnen nah aneinander hast du gar nicht gesehen nein ach du warst das ach ach mann so wer ist jetzt noch nur noch der eine da hinten naja den holen wir uns jetzt angeschossen ok lösch ihn naja mach das mal den Typen ist tot wie sein knapp das Box 1 zu 1 1 zu 1 danke 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 ja meine wie konnte der denn das überleben Ja. Ja. Okay. So. Aber wir waren schon mal ran. Ah! Boah! Wahnsinn.